Ihr junger Mann für dich. Eine Tüte von Markus Söder können nicht alle 115.000 Erstklässler in Bayern bekommen. Daher ist die Freude der ABC-Schützen der St. Anna Grundschule im Lehel besonders groß. Wenngleich viele von ihnen wohl nicht zu Recht wissen, wen sie da vor sich haben. Der Ministerpräsident selbst hingegen schweckt bei diesem Anblick in Erinnerungen. Meine Mutter hatte die Idee, ich muss besonders schick in die Schule gehen und habe mir eine Mütze gekauft. Die fand ich wirklich grausam. Schön kariert. Ja, genau. Wer kann das schon abschlagen? Die habe ich ja, glaube ich, nur einmal im Leben aufgehabt. Und ich fand den ersten Schultag schön, aber am Abend dann war ich etwas entsetzt, dass meine Mutter mir mitteilte, ich muss morgen wieder hin. Denn ich dachte, das ist ein einmaliges Erlebnis, man kriegt noch was geschenkt. Wir haben auch vorher, das weiß ich noch, den Schulweg geübt mit meiner Mutter, sind ihn mehrfach abgelaufen. Und das macht auch Sinn, dass man sicher in die Schule kommt. Mehr Sicherheit auf den Schulwegen. Darum ging es bei der heutigen Aktion. Zum Schulstart wollten der Ministerpräsident und der Kultusminister den rund 30.000 Ehrenamtlichen danken, die täglich bei Wind und Wetter die Schulwege sichern. Viel Spaß! Wir wünschen Sicherheit auf dem Schulweg, deswegen auch die Aktion heute mit diesen Westen. Dass auch einige sich bereit erklären, Schülerlotsen zu werden. Das ist ganz wichtig, weil wir brauchen es. Laut Staatsregierung gab es noch nie einen schweren oder gar tödlichen Unfall an einem Straßenübergang, der von einem Schulweghelfer gesichert wurde. Doch die Zahl der Ehrenamtlichen nimmt laut Söder ab. Übrigens nicht nur die der Schulweghelfer. Es ist ja das eine, dass die Schüler sicher zur Schule kommen, aber wenn sie dann vor einer leeren Tafel sitzen, weil kein Lehrer da ist, ist das andere. Ja, wie gesagt, wir haben in Bayern es geschafft, auch dieses Jahr im Gegensatz zu anderen Bundesländern, die Unterrichtsversorgung sicherzustellen. Aber jedes Jahr ist eine Herausforderung, eine neue Herausforderung. Es wäre ein erwartetes, mehr Kinder in die Grundschule kommen. Wir brauchen also auch mehr Lehrer. Deshalb haben wir auch schon mehr Studienplätze geschaffen. Doch mehr Studienplätze helfen nicht, wenn Studenten fehlen. Laut Bayerischem Lehrerinnen- und Lehrerverband ist die Zahl der Grundschullehramtsstudenten zuletzt um 15 Prozent gesunken. Beim nächsten Mal, also vielleicht lieber mit Kreide statt Kelle zur Schule, Herr Söder? Das kann sein, oder? Salz, aber.